Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Deadpool. Wir müssen jetzt hier weiterlaufen. War hier was? Ne, schade, da kann man nicht durch. Das ist cool, dass man sich dadurch teleportieren kann. Das ist ziemlich cool. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wie cool! Einfach nur cool! Oh! Boop bop! Sweetheart! Boop boop, let me remind you, that my website got 15 million hits the weekend we announced! 1 million 1? 1 million 2? Cough it up. Ahem. Ahem. Okay. Ehh. Ah, schade. Ach, komm schon. Ich ziehe nicht auf den, hä? Wo, wo? Hinter mir? Oh, lol. Okay, da kann ich nicht hoch, schade. Oh, lol, ey. Okay. Huh! Yeah! Yeah! Get back! Oops! Ah, komm schon! Oh, Gott, oh Gott, ey. Huh! Okay. Die Gegner werden langsam stark. Step up! Step up! Ach, komm schon! Äh, muss ich hier lang? Nee. Aber hier waren Sachen. Okay. Ja, klar. Was? Okay. Weiter hier lang. He's up above us! Hättest du ihn da treffen können? Shit! Was? Oh, lol! Oh, lol! Oh, Gott! Oh, Gott! Echt so, ey! Okay. Kann doch nicht machen. Ups. Okay, erst eure Waffe wechseln und weiter geht's. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ach, Gottchen ey! Hey, hey! Arklight! Lookin' good, babe! You been workin' out? Your pecs. I mean, your breasts. Your pecs. Your chesties look unbelievable! If you catch my trip. I can help you get off that villain D-List if you- Kill this pansy! Okay, she-man. We'll talk about your D-List pecs later. Wow, you are one lucky guy. Cause that would've taken most people's- Einfach mit der Waffe gehen. Get in there, you idiots! What the hell is that? Niemand kann mich besiegen. Haha, you're gonna want to have a doctor. Take a look at that. These claws are so useless! Niemand kann mich besiegen! Niemand kann mich besiegen! Oh, yeah! What's wrong? What? Too much? Too much? Cat! You'll never stop us! C'mon, geh weg! Uh! Haha! Think you're clever? Yeah! Think you're cool? Yeah! You ain't the only one with power, little geek! Whoa-ho! Now that's impressive! If I cut you, do you not bleed? Ah! Ah! You have checked it! Does this tube have an end? No! 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 Oh, man! War sie überhaupt tot? Ich glaube nicht, oder? Oh! Hahaha! Hey, hot tits! The pipe I was offering gives way more pleasure! Hahaha! Oh, come on! Yeah, I'll just hang here for a while! Feels fine! Ah! Dick! Mal sehen, was er noch so für Sprüche raushaut! Gar nichts! Almost there! No, please! No, for what kind of gamer are you? No, please take your time! Hey, tickles, tickles, tickles! No, for what kind of gamer are you? No, I'm just kidding. Huh? Ah! 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 Nice! Let's not do that again, okay? Hey, hey, hey! No more sewers, High Moon! Ah! Ich glaube, die ist ein bisschen tot. Aber ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie scheint das so. Oh, come on, guys! Vertigo? Could we seriously not afford better bad guys? Ooh, Vertigo! I'm gonna get dizzy! Ah, clearly a video game. A power down switch. Oh, what shall I do? My oh my! There must be a way to turn this on! Maybe two switches somewhere close by? Ja, hier! Dann halt nicht! Warte, da unten! Oh! Ha! Yeah, I don't feel so good. There's one! Okay, müssen wir jetzt echt einfach nur Hebel suchen? Really? Oh, lol! Jetzt hab ich hier zwei? Jetzt hab ich hier zwei? Echt der jetzt? Warum sind die jetzt auf einmal zwei? Oh! Ähm... Der ist ein bisschen runtergefallen. Oh, das ist echt anstrengend, ey! Und da ist der andere! Äh... Schnell! Okay! Was ist da... Ah, okay! Da ist mein Tod! Bisschen... Ja eben, da springen doch die ganze Welche durch die Wand, alter! What? Wow! Look at that spinning tube thingy! Yeah! And... What? Oh, oh! I get it! Haha! Clever high move! You think so? No, but we're doing it anyway! Wow! Das war schwer! Oh, ja! Oh, life! Hallo, ihr beiden! Oh, jetzt muss ich echt wieder erst Demo besiegen, ey! Dein Ernst! Kız wieder hab ich nicht nur mehr als das Nerf gehst! Au, 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 au! Oh, Gott, oh Gott! Easy! Ja, es ist wie ein Blatt. Easy. Easy. Äh. Hab ich mir auch gerade so gedacht, Alter. Oh, was bist du denn? Aua. Oh Gott, Alter! Oh Gott, Alter! Oh Gott, Alter! Oh Gott, ey! Einige, glaube ich. Oh Gott, oh Gott! Kann ich das? Ich will das aufnehmen. Nice! Niiihihi! Okay, ich muss es eh wieder ablegen. Manu! Oder? Nimm's einfach mit! Okay, ich muss es ablegen. Durch die Maske durch! Ja! Ich habe dich! Genau, wo du bist! Genau, wo du bist! Genau, wo du bist! Ich will das noch mal machen! Noch mehr rutschen! Ich habe dich nicht mit dir. Ich habe dich nicht mit dir. Ich habe dich nicht mit dir. Was ist das für mich, Filthy-Human? But, but, but... Shit, da geht unser Kontrakt, Mike. Wait, 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 ist das wie das Schrift geht? Ah, time zu haben ein bisschen mit Sinister. Hey da, Captain Douche. Ich weiß nicht, dass du mich zu töten, bevor ich bin. Jetzt muss ich... ...kollekt von deinem Sorry-Ass. Should I be in prayer? What the hell? Why is this happening? Come, Blockbuster. Genosha awaits. Ah. Keine Chance im Himmel. Psylocke? Domino? Boner? Engage? What are you ex-babes doing here? We'd probably know if we'd read the original script. Deadpool, you need to listen to me. Mr. Sinister has taken over Chance White Seller. Hard to believe we used to date her. Why'd you dump her? She's hot! Not as hot as Psylocke, though. Were you even paying attention? Wolverine? Rogue? Hey, you're here too? Try reading the script. Like the girl said, we gotta go to Genosha if we're gonna stop Mr. Sinister from- Wait, Genosha the island? Hey, we'll have to fly there. Are we taking the Blackbird? Oh, I always wanted to fly the Blackbird. No goddamn way. Whoa! Deadpool, quit fooling around. Yippee! You can't just kill all the X-Men. Hello now. Deadpool, look out! Ah! Okay. Ahem. Okay. Okay. Gönne ich mir neue Schwerter oder upgrade ich einfach... Oh. Hier haben wir keinen Schaden mehr, ne? Upsi. Haben wir ja Combos wären die Idee, ne? Ah, hier brauche ich mehr Magazine oder so, ey. Das kann ich mir gar nicht holen. Häh. Yippee. Toil. 50.000. 150.000. 100.000. 35.000. Auf 35.000 geht aber. Und hier haben wir 65.000. 25.000 wenn es blutet kannst du es töten 80.000 und 60.000 okay was mache ich wenn wir uns das ja ein spielbord noch irgendwas kaufen jetzt um 60.000 doch ja so das war's was habe ich jetzt bekommen weil komo xyx und xxxx und by und und neuen momentum angriff aber leute das war es in dieser folge ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns bei das nächste mal wieder haut rein